mit Schönen immer ziehen wir haben so was unten gebaut und so um das müssen ja nichts geht aber egal es kommt eh noch oben was drauf Ups wir können jetzt nur noch zuschauen und warten sie ist immer noch zufrieden begeistert die Tüten so es ist immer dass er abbauen beste Monument Eberhard die Graf die Paxen und drinnen das ist so schön Leute kommt noch mal was drauf Leute, die vier da fehlt noch was, da wurde auch nicht nein, wow erfreut immer noch so begeistert da kommt noch eine Ladung her, da ne? vier Ladungen in der Erde kommen in diesen kleinen Block lol, das wird dann auch noch gestanzt lol, die Überreste ihres Ahnen werden in dem jetzt fertiggestellten großen Tumulus sicher sein Shen Nong, der göttliche Bauer ist voller Anerkennung für die Verehrung, die sie ihren Ahnen erweisen dieser massive große Tumulus beschützt still die sterblichen Überreste unseres verstorbenen Kaisers er behütet für immer seine sterblichen Überreste und sichert ihm ein glückliches Leben nach dem Tod lol das Geld kommt auch noch gleich, haben wir gleich fertig und dann muss nur noch das fertig gebaut werden ohne Ende er ist und also kann ich das auch schließen jetzt los schicken, es ist nun mal noch Freud ja hier ja, ähm ja kann ich das auch noch anmachen los geht's erlauben annehmen Leute, ich brauche kein Holz mehr kommen na doch, das ist so warte, 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 ich brauche hier ein Himonostein, warum nicht so, hier ist es so viel wie möglich, 3, 3, 3 Monate sind schon vergangen gebe ich hier auf Vergabe bringen so die Grafik wachsen doch noch der Hammer vom Monument aber egal egal es ist ein super Spiel ich mag es und ja ich mag es und es freut mich heute es zu spielen also was kann man machen einfach ignorieren und Spaß haben so ja ähm annehmen ähm fröhlich immer noch, ne ach so, hier begeistert was der Kaiser ist äußerst angetan von seiner Armee und der prächtigen Grabkammer, die seine Reichtümer vor jedem beschützen wird die sie eine große Tat ver... ver... ach... lol ich rate ihnen, sich ihnen die Berge zuzuziehen, bevor er sie beseitigen lässt weil sie zu viel über das Bauwerk wissen lol gewonnen, fertig also ich kann mich nur mal zurücklehnen und warten ich hab's geschafft fertig der Ruhm von Xiangyang, der Hauptstadt des mächtigen Qin-Reiches ist sogar noch größer als der große Tumulus, der sich jetzt vor ihr erhebt es ist eigenartig, dass unser Kaiser den Weitblick hatte, dieses Projekt gerade zu diesem Zeitpunkt zu beginnen, denn jetzt sind seltsame Gerüchte im Umlauf während seiner laufenden Expedition, auf der Suche nach dem Trank des ewigen Lebens, hat er es vorgezogen, allein zu bleiben und lediglich Lee-Si, seinem engsten Berater Audienz gewährt und seltsamerweise fährt der kaiserlichen Kutsche jetzt stets ein Karren mit streng riechendem gesalzenen Fisch voraus, der einen unangenehmen Geruch überdeckt, der angeblich aus seiner Kutsche dringt ok, er ist krank sozusagen das allerschlimmste ist eingetroffen die furchtbaren Gerüchte über den Tod von Chiuang Di, dem ersten Kaiser, erwiesen sich als wahr sein Körper ruht zwar sicher unter dem großen Tumulus, doch der kaiserliche Hof wird von verderblicher Intrige beherrscht und die aufrührerischen Mengen in den Straßen werden täglich stärker es scheint als hätte das Volk genug von den schweren Lasten und den scharfen Einschränkungen die ihm vom Qin Imperium im Namen des Fortschritts auferlegt worden sind jetzt heißt es sogar, dass Rebellenarmeen auf die Hauptstadt vorrücken Mögen uns die Götter beistehen Mögen uns die Götter beistehen Sooo und das war es mal mit meinem Let's Play Emperor Wuhuuu Endlich Ich hab's endlich geschafft das Let's Play zu beenden Und ja, ich werde nur bis diese deines Tee spielen und nicht mehr weitermachen Sorry Leute, aber ich wachs nicht mehr, aber es kommen noch andere Projekte auf meinem Channel, also keine Sorge und ich werde noch einen Link Der spielt das ganze Spiel durch sozusagen, also der macht alles und ihr könnts auf seinen Channel gucken und der steht natürlich in der Videobeschreibung und wir sehen uns dann im nächsten Projekt Nee Wir sehen uns dann im nächsten Projekt Also ähm Dings Der Let's Player steht in der Videobeschreibung Der macht das ganze Let's Play Ich wiederhole es nochmal ähm Der macht jetzt das ganze Let's Play Die ganzen Dynasties und alles Also Schauts auf den Channel ähm Steht in der Videobeschreibung Er heißt nix OP Und Naja Das war's mal Und wir sehen uns beim nächsten Projekt Tschüss Das war's Das war's